Herzlich Willkommen zur Coldwater Challenge des Karnevalsvereins Stierstadt. Wir bedanken uns beim Zufall für die Nominierung und geben jetzt erstmal zu unserem Auslandskurs. Liebe Nährinnen und Nahlesen, der CV Stierstadt ist weltweit vertreten, weltweit unterwegs und da kommt hier der asiatische Beitrag zur Open Water Challenge 2014. Viel Spaß! Bei uns grillt nur der CV! Bei uns grillt nur der CV! Liebe Wasserverrückte und Daheimgebliebene, das war sie, die Open Water Challenge 2014, eures Auslandskorrespondenten Sepp Pro für den CV Stierstadt hier aus Teheiland. Bei schwierigen Verhältnissen 39 Grad im Schatten und erheblichen Wellengang zurück zu euch nach Oberursel Stierstadt. Wir bedanken uns am Auslandskorrespondenten und sagen in Stierstadt Wasser Marsch! mit 3.. Mit 3. Das war's live aus Stierstadt vom Karnevalsverein Stierstadt. Wir nominieren die Kirillen Eckenheimer, unsere Freunde die Ravens und den SCC Steinbach. Wir wünschen euch viel Spaß, ihr habt 24 Stunden Zeit eine ähnliche Wasserschlacht hinzulegen oder 100 Euro an den Verein Paulinchen zu spenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... I wanna reach out